Hallo, wir sind das hauptamtliche Team der Jugendagentur Stuttgart und gratulieren der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft ganz, ganz herzlich zum 70. Geburtstag. Unsere Einrichtung ging erst ein Vierteljahrhundert später, nämlich 1975, an den Start. Aber wir alle sind schon so lange dabei, dass wir bereits zum 50. Jubiläum persönlich ohne Maske mitgefeiert haben. In diesem Jahr senden wir coronabedingt unsere digitalen Grüße und wünschen noch ganz viele gemeinsame, bunte und magische Momente mit unserer Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Von Herzen wünschen wir alles Gute!